Etc. hat für uns eine der besten Apps im Schweizer Kredit-, Debit- und Prepaid-Kartenmarkt entwickelt. Mein Name ist Markus Goradi, ich arbeite bei der WISEKA Payment Services, SA und bin Head Digital Business & Innovation Management. Etc. hat uns geholfen, die beste Customer Experience in der One-App zu entwickeln und hat uns auch geholfen, uns im Schweizer Markt entsprechend zu positionieren, dass wir eine der besten Apps haben für das ganze Kartenmanagement von Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten. Die One-App hat uns ermöglicht, dass wir in der Zwischenzeit 2,3 Millionen registrierte User auf dem digitalen Kanal haben und vor Monat 1,3 Millionen aktive User. Die Vorteile für die Kunden sind, dass sie eine App haben, die sehr transparent aufzeigt, welche Transaktionen sie getätigt haben. Sie haben eine sehr gute Übersicht auch über sämtliche Self-Services, die sie nutzen können. Zudem haben sie auch die Möglichkeit, Bonusprogramms für den Preis zu nutzen, die gesammelten Punkte direkt in der App einzulösen und somit eine tolle Customer Experience erleben. Eines der grössten Highlights sind sicher die vielen Best of Swiss Apps Awards, die wir zusammen mit Etc. gewonnen haben, ja auch den Digital Economy Award. Weiter sind es die vielen positiven Feedbacks, die wir von den Kunden erhalten. Auch nach jedem App-Release, das macht immer sehr viel Spass. Geschäftsmodel ыв需 Frau Frau Untertitelung des ZDF, 2020